ARD Text im Auftrag von Funk Wer bin ich und was mach ich eigentlich hier? Ich will das so angucken, ey. Der alte Support Yasuo. Was ist das für ein Gegner-Team? Ich weiß nicht. Ich lass mich zu preisen. Ich lass mich lob preisen. Da kannst du nur Kopf schütteln. Ich würde sagen, Yasuo wird mein nächster Supporter. Ich bitte doch. Aber ich hab den Champion noch nicht mal. Hä? Kaufen. Instant. Ich hab den auch nicht. Oh Mann, was ist denn das? Ich hab den einmal gespielt. Das war dieses Jahr. Nee, das ist ja bei One for All. Ich wollte gerade sagen. Da haben wir doch so eine krasse Combo-Mombo rausgehauen. Das war schön. Das hat echt Spaß gemacht. Warum haben die nicht alle einen Skin? Was ist denn hier los? Alle, wo ist zu viel Geld? Skin-Boost wurde freigeschaltet. In dem Moment ist es gar kein Aram hier. Das ist richtig. Was ist los? Don't miss for the Baker. Du. Chat. Tut du kannst mal an einwenden. Du, da gibt es ja noch richtig Party im Chat. Ja, ich habe gerade... Hat er schon gesmildet? Oh mein Gott. Alles gut. Du hast diesmal nicht gecute. Ich bin stolz. Ja. Ja, alles gut. Kommt mal nach vorne. Ja. Jetzt, weil wir jetzt hier so einen bescheuerten Supporten haben, muss ich mich auch noch konzentrieren. Ja, das finde ich auch nicht gut. Ja, und ich dachte, Ari ist hier unten, da habe ich die falschen Runen mit. Toll. Ja. Das war hier... Surprise, Motherfucker. Ja. Aber echt. Mit Royce, Motherfucker. Hasaki. Hasaki. Oh. So, und... Oh, natürlich nicht. Schön. Ich hoffe, der trollt uns nicht zu sehr, der Affe. Er hat schon wieder seine Rotze. Komm, mach schon deinen Hasaki. Na, ist raus. Alles cool. Meine Güte. Er geht mir so auf den Keks. Ich mag diesen Champion nicht. Ich auch nicht. Wieder in den Midlane. Noch hier. Also, hier ist recht nicht, aber... Das ist ein anderes Thema. Wir könnten sie mal auf den Keks rauspatchen. Yo. Yasuo, weg. Ich hoffe, da wäre keiner traurig drum. Nö. Doch, die ganzen Yasuo-Spieler. Meinst du, die Yasuo-Mains? Ja. Ach, meine Güte. Oh, jetzt hat er aber schon mal endlich mal Schaden bekommen. Ja, langsam geht's los. Wir haben die jetzt im Jungle, die haben... Ach ja, Pantheon. Fante. Guck mal hier. Ich komme jetzt ein bisschen mehr mit meinem Mana klar. Ich auch. Ja, pff. Du. Ich kann ja auch hin und her sliden. Ach, meine Güte. Hör auf damit. Dann slide mal. Ich kann das nicht so viel wie er. Oh. Nein. Das darf der nicht machen, wenn er Ulti hat. Sonst war er nicht. Halt sich aber auch schon krass. Meine Mutter. Hasaki. Ah, ja, ja. Ach, hier. Na, du nervt uns doch nicht. Oh. Ach, meine Güte. Das ist doch richtig. Das ist ein Nerv-Kombo. Geht so. Kannst du was machen? Ah, schade. Da kommt sich trotzdem nicht weg. Ist der auch schon mal was? Wieder ein bisschen Zeit geworden. Ach, guck mal, er ist immer noch da. Jetzt ist er weg. Ich meine, den Draven eigentlich. Ach so. Jetzt machen wir deine Minions hier an, Po. Gönn dir mal deinen Keks. Sofort. Ich kann mir den Mana nicht für so unnötige Sachen wie Healen rausschmeißen. Yo. Das kostet so viel. Guck mal, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Und ne, da ist er schon wieder. Guck, wie was ihn. Äh, kannst du, obwohl ich wurde eben. 20 Sekunden habe ich wieder ready. What is out? Echt? Mach mal von Worten, oder? Ne. Is out? Hörst mich zu. Zack. Der saft ja auch die Minions damit. Das kotzt mich an. Er ist einfach ein hässlicher. Kaum. Das Einzige, was er gut kann, ist sein, tanzt die Motor mit seinem Pfeifen da. So einer Flöte. Das macht er ja auch noch. Wukong ist da. Komm mal her, hier. Kollege da unten. Ja, ich glaube, der Wukong, der... Hier, nimm mich. Ich bin am Backporten. Komm zu mir. Ach, das ist Level 4, der Wukong. Ich glaube, der wäre schon sein Helikopter. Ist er nicht? Er ist schon 12 Level. Der kann man wieder weggehen. Der glaubt XP. Verschwende. Ach, der hört sogar. Geh junglen. Oh, da war was. Pantheon, jo. Habe ich doch aus dem Augenwinkel gesehen. Und jetzt? Weiß Gang. Das ist hier Best Gang. Weil genauso... War ja genauso gut wie... Unzler. Hojo. Uiuiui. Nein. Oh, ich wollte gerade umdrehen. Ich wollte die Kennen haben. Ist aber schon gut, Schaden. Richtig gut. Also, gefällt mir das. Also, er weiß schon, dass es Shellen regnet. Ich glaube, die Kollegen sind weg. Einzel? Ich glaube, die stehen da noch. Na, Draven zumindest. Ist es Level 6? Ja, okay. Wukong hat uns ein paar XP geklaut. Ja gut, wir sind ja auch Level 6. Ja, trotzdem. Doch. Wie kann der schon wieder da sein? Er ist auf seinem Wirbelwind hergeritten. Hergeritten. Diese Wall. Das ist nervig. Zack. Hat er direkt eine Schille gekriegt. Ja, was auf, es kann aber gleich sein... ...Attackie Ultime machen. Oh, los. Oh. Kann man aber noch gar nicht. Zack. So. Kann er gleich wieder weggehen. Schille ging raus. Pancha und Meckertsch wieder rum, dass hier drei gegen einen gekämpft haben. Verdammtes Team-Game. Reg mich voll auf. Ich hasse das auch. Oh, da wollte ich gar nicht pingen. Fluss ist Action. Was geht da? Die jagen zu dritt. Hier sind ja nur zwei. Oh mein Gott. Sind die schlecht. Zu dritt. Und dann auch noch zweifach. Leblanc dabei. Muss man weggehen. Gerne. Ey, ist das ein Bait? Ist das ein Bait? Niemals. Startet da was? Der Driven kommt noch gleich wieder mit seinen tollen Schwertchen. Ein paar Mopeds sind kaputt und gehen mal. Och, okay. Ach, komm schon. Ja. Jetzt geht's mal weg. Einmal noch hier zeigen, wer der Bubbo ist. Ey, wir haben zwei gegen eins gemacht gerade. Oh mein Gott. Im Team-Game. Dieses dumme Rumgefläser. Ist schon, naja. Badass motherfucker. Aber sowas von. Trusted. Da komm ich nicht. Schwertchen. Wir haben hier. Wir haben hier. So. Weiter geht's. Wie sieht's dann allgemein so? Ach, 5-0. Und dann noch dieser gefiedete Graves mit 1-0. Ja, wo kommt der? Will da was starten? Ja, da soll er mal da rumkommen. Ah, toll. Ja, wo? Die kommen hier nicht her. Die? Hau ab. Ich muss noch rumgehen. Die stehen da. Wukong, was ist? Das ist seine Mission jetzt. Ich verstehe das auch nicht. Er geht jetzt komplett hier rein. Schreibt gleich Bait. Ich stelle mich hier und port mich back. Oh. Oh. Good job, Wukong. Ein paar Minions hat er sich gesnackt. Ich wollte mal kurz hier oben noch. Ach, er macht schon mal. Gut. Das hat er gemacht. Er ist ein guter. Good job. Good job. Really? I like to say, hey, deine Minions sind away. Wir sollten ein Lied schreiben. Ja. Das Minions sind away, Lied. Oh Gott. Oder ich kriege aufs Maul ein Glied. Oh no. Aus hier. Lauf. Lauf, Forest. Überlebe. Ari ist auch da. Er hat dann, äh, Forstgesicht. Immer dieses Team Gaming. Hä? Die haben das wohl nicht verstanden, das Spiel. Pff. Gut. Was machen die denn da hinten? Ach, komm, schau. Ey, Ari. Was ist das? Ich hasse das. Leblanc. Die eskaliert ja richtig. Ah, fuck. Ich dachte, ich erwische ihn. What? Was? Ja, guck mal, die ist sowas von gefiedelt. Guck mal, ich stelle mich extra vorne an den Tower. Und? So. Ich tank den jetzt. NP. Ja, lass mal den Tower. Die Minis auch kaputt machen. Die mal Drake machen. Ja, mach dir mal. Ich pushe noch ein bisschen rein. Meine Güte, die sind immer auf, wenn sie flamen jetzt da. Kriegen sie halt mal am Sack. Könnte, glaub ich, nochmal shoppern gehen. Ja. das könnten wir tun da kann ich mir jetzt auch mal schüchen kaufen schüchen der feine herr er gehört sich mal richtig hier oder der nasus der haut dem augen aufs auge ich meine schnitt zwar 0 0 1 aber trotzdem ich muss den chat größern gebullert jetzt kann das auch jeder lesen hier kurz hier die mitte safen leblanc hatte ich schon so viele kill und steht da 7 0 ich komme wieder runter das geflamen ist ja wieder schön ja mich noch mit ich frag doch nur wie es geht wir können wenn man die mail wegpushen können wir gleich kurz sie den minions verkloppen so jetzt kann man müssen wir gängen am besten jahre ist so useless eigentlich nicht so er für uns gewordet das netten nur eben wo ist die dinge sind das würde mich jetzt interessieren ehrlich gesagt die mich gecharpt aber die ist fast tot kommen leblonk macht sie nein ist aber auch grüß sehr grüß er war schuld 18 hier das mag ich nicht wir gehen nach schade er kommt weiter hab ich auch gedacht x-assault boah was ist da los na wukong nice immer reinrennen gerade beim volleybier der mag das beim volleybier ohne blokken ganz oben gehen so ein speer die hieden gehabt wer ist behindert hier bald von türen schweißen sein später ins Auge so wird noch mal deine Minions muss sagen das kind gefällt mir von ihr 1 erneut kommen ist das aber auch hier ist es so salty ist das krass richtig am ausrasten jungs oh hi stress auf dem kiez komm schon leblanc ja gut das ist zumindest ihre kombo gegen mich rausgehauen das kann so ruhig ich dachte ihr macht da was raus ohne blog steht da und schettelt allerdings ist doch tot harry ist doch tot gegangen ja aber ihr könnt mich mal rächen die tödelt mal die anderen da ja natürlich ja ich bitte der panter der panter da kannst du drauf knallen wie du willst da passiert nix okay hat er blieb diesen chat angucke ja ich finde das gerade lustiger als das game ich bin so ein spärchen hier ich habe gesagt du musst Sex oh 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 mein Gott hehehe bulli bär nice try oh sie ist tot haben wir sowas von oh leblanc du rohr wieder auf unserer lenke denn hier ist es doof aber da gibt es ja auch nichts was ist das kacki wo kommt die arie her ach nasus der pusht da oben den tor nicht von weil sie da gerade kein bockt drauf kommt sie her meine güte beruhigt euch doch mal hier wenig mal weniger diskutieren noch mehr zocken heute kann es auch schöner aussehen hier guck mal die arie jetzt kriegt sie wieder aufs auge von der leblanc die gleiche q ready jo ich wollte den block noch einmal kurz heilen als ich hier noch einen assist kriege aber nee die puff pufft einfach weg ach karte ja so wir ausraste viele wenn jetzt hier sind weißt du was wird sie wenn ihr ich gehe noch mal an die base du kannst mal ich habe so noch nicht genug Kohlen aber warte mal stop etrack den kommen wir mitnehmen na bin gleich da das war reingepusht ihr kaputt ein mich da und tut die krabbe stelle alles klar main target okay die fischen unten ja so ab okay dann versuchen wir hier mal da wie jetzt hier an zion hier oben geht party aber ich sehe es ich sehe sich so der flash nice job ich brauche noch 100 gold sonst gehe ich hier nicht weg dank meiner hilfe wurde dieser tower getötet gab 155 wort item upgraden nasus ich würde da rausgehen auch lass ich noch ein bisschen rumspielen das ist maschinen kaufen welchen steht noch ist das ein lustiges game gerade ich finde es cool cool und um als information ist es ein ranked game und kein normal game es ist ein ranked game und trotzdem geht dieser salztruck hier auf tour ja der muss falls ihr den salztruck mal live erleben wollt in köln so weiter geht es jetzt hier keine diskussion sollen wir gleich mal berrin eigentlich machen das sollte mal einen vorschlag machen warte reicht das als vorschlag alles klar dann bin ich unterwegs ich glaube wir sind alle unterwegs gerade wir können das we can't take yes we can ja weniger schreiben mehr machen jup aber das mag er nicht so oh pante pante hat er doch recht gehabt hier pante beruhig dich mal siehst du können wir nicht muss nur noch schmeiten gleich könnte er auch mal schmeiten der kollege boah man sieht das ding wohl securen ach der hat vorher schon was gemeintet das hat gar nicht ach komm schon puh alles klar mal backporten das ist zwar die noob taktik aber geht nicht anders aber was schreibt denn der jazoo jetzt schon wieder er ist ein ganz großer echt ich weiß es doch nicht lass ihn doch machen was er will report please oh man es ist schön schlimm ist normalerweise passiert das bei uns im team ja dass sie mega salty sind wir haben das falsche team erwischt ja du mach doch einfach mal den tor ja hab ich doch komm raus da ach bitte was wollen sie denn dann ich hab das du blatt rank for talk ok alles klar rank like new tinder oh mein gott hey schau mich hier nicht an du gehst um auf rumzuschauen nice oh gott wo bleiben die minions ja also wenn die schneller wenn wir die abholen doch ich wollte schon sagen ja ebenso surrender weniger rumheulen hier meine güte man graves push beim durch juhu ach graves macht das alleine deswegen steht der sohn hat den tower vernichtet alles klar ja den tower vernichtet guck mal hier hier schenke ich dir guck mal hier nehmen wir jetzt noch den tor weg wo haben denn die minions weg geh beiseite ich hätte das geben davor aufnehmen sollen das war lustiger habe ich aber leider manchmal ist das eben das war schön doch macht ihr mal da eurem krieg hast du den doppel gesehen der kam von mir sorry wo ach schade hatte keinen hilf mehr für dich guck mal die arie kommt schon aus dem base low das game kann ich da nicht hochladen das ist doch peinlich aber der chat ist nicht aber der chat ist nicht äh fech raus damit go